Das ist Lea. Lea trägt natürlich nicht immer so einen Schutzanzug, aber den braucht sie an diesem Tag. Denn sie macht mit beim Graffiti-Workshop und das zum ersten Mal. Warum sie mitmacht, das hat einen ganz einfachen Grund. Weil ich ein Bild brauche in meinem Zimmer, weil das leer ist. Und weil ich einfach mitmachen wollte. Damit die kleinen Künstler sich richtig austoben können, gibt's jetzt Tipps vom Profi. Johannes Veitsch sprüht selbst schon seit 25 Jahren und versucht jetzt, das Bissen an die Kids weiterzugeben. Wenn ihr den Aufsatz aufsetzt, bitte haltet den vom Gesicht weg. Und wenn da was rauskommt, dann sprüht es nach vorne hin oder in die Hand rein. Das Wichtigste beim Sprayen ist also die Technik. Die Sprühflasche muss gut in der Hand liegen und dann heißt es, mit Gefühl und dem richtigen Druck die Farbe auf die Leinwand bringen. Und Lea, wie klappt's bis jetzt? Mein Name finde ich schön, aber den Rest, naja. Lea ist also noch nicht ganz so zufrieden mit ihrem Kunstwerk, aber sie ist ja auch noch nicht fertig. Die 10-Jährige bleibt konzentriert und sprüht einfach weiter. Einige Jungs haben da eher Unsinn im Kopf und das fällt auch dem Profi-Sprayer auf. Die Mädchen geben sich doch in der Regel mehr Mühe, hab ich so festgestellt. Manchen Jungs fehlt das mehr von der Hand so, von der Lockerheit, weil gerade Lea hat ja garantiert dann kleine zierliche Hände. Der fehlt es dann etwas schwerer, die Hand dann stillzuhalten so. Aber die Jungs, die es besser handeln, machen weniger draus. Lea sieht das genauso. Eigentlich nur typisch Jungs. Die Mädchen sind ja ruhig und die Jungs sind ja immer so. Weil Lea heute das einzige Mädchen ist, fällt sie dem Workshopleiter Johannes besonders auf. Die arbeitet eigentlich am ruhigsten und das gefällt mir so eigentlich am meisten. Und die hört auch noch auf das, was ich sage, dann macht es noch mehr Spaß. Spaß macht es auch Leas Bruder. Er war schon mal bei dem Graffiti-Workshop dabei und hat dieses Mal seine kleine Schwester mitgenommen und ist beeindruckt, wie die sich heute so schlägt. Also für das erste Mal fühlt es ganz gut, weil beim ersten Mal habe ich das auch erstmal ausprobiert und viel einfach drauf gemalt. Aber die hatte ja schon einen Plan, das hatte ich beim ersten Mal noch nicht. Am Ende ist Lea dann doch zufrieden mit ihrem Bild und sie weiß auch schon ganz genau, wo es hinkommen soll. In meinem Zimmer neben meinem anderen Bild, was ich auf meinem Geburtstag gemacht habe. Also ich hatte schon so eins, nur nicht gespäht, sondern gemalt. Und das hänge ich daneben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.